da haben wir so ein bisschen meine hölle mit monster aus wenn die wieder sterben letztes mal war letztes mal schon die katastrophe hier drin das ist sicher er weiß es auf jeden fall er ist sicher dass er bilder für es sonst bin wieder da na na das haben wir uns in uns noch getrieben hat es irgendwie war das schlimm ist dir über mich gesagt bestimmt muss ich ja wieder sein flash ist du flash ist so das ist so klar ja ja bin ich schuldig klar siehst gehört doch ein sack gesicht ähm ja nether fe nether meddates was brauchen wir denn da arduid ich glaube ja keine ahnung mit asium nadios alendrit also ich glaube mit asium habe ich gerade nicht ein lemurid habe ich was hämorrhoiden hast du du hast hämorrhoiden ich weiß was habe ich denn hier lemurid ne meddatsum habe ich das muss er weg ok dann fehlt wohl nur noch das kalika keine ahnung das kalika also muss kallen kalendrit geht nur noch und dadurch hier habe ich ja irgendwas mit k hatte ich vorher ich schau mal eben habe ich hier vorne in den dinge ein karlied kalendrit mit karlendrit habe ich nix mal eben sortieren vielleicht habe ich da sogar noch drinnen shadowdust ja oraniumdust haaah dim 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 karl drannlied ne mit karlendrit habe ich nix ne hab ich mir schon gedacht würd ich auch gerade sagen hast du bestimmt nicht ne ich hätte anderes zeug neuer gefunden aber die beiden dinge sind schon wieder leer ey das glowstone under a quarter fuel ok ja glowstone da drüber und drunter ist lava am arsch was haben wir hier kalendrit da ist es ja sollte eigentlich trau eigentlich sollte das bisschen reichen so einmal wieder voll machen normalerweise kann ich die mit der tauschen und mal eben die fette hier drinnen vielleicht finde ich hier noch irgendwas dann kann er da abgeben und sagen wir richtig viel strom rein bremsen ähm in der zeit was machen wir jetzt in der zeit weiß ich was du in der zeit machst ach eben mal so eine automatische station damit ich dieses cobblestone zeug nicht selber kraften muss ja jetzt hast du den ack ok du 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 das 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 glowstone was ich abbauen kann wie wolltest du glowstone eigentlich äh für flüssige glowstone so gibt es ja auch so hol mal ein bisschen was mit family expansion hier mal noch so ein bisschen gucken äh da ist noch mehr kalendrit und äh nether quartz brauchen wir auch noch ja und damit wir diese quarts flugsquisteldinger da machen können ich hab grad gucken ähm da ist ja wolle fehlen uns noch ein bisschen ne wolle ist kein problem warum ein paar wege weil wolle können wir uns herstellen aber du meinst jetzt die fertige wolle diese vm wolle oder wie ne hier wolle ja vm vm wolle ja ja da fehlt jetzt noch blaue pinke grüne rote und schwarze ok die meiste wolle haben wir doch viele haben in der hell gefunden ja ja keine ahnung vielleicht finden wir irgendwo noch welche weil es gibt ja noch eine diskette und wir müssen ja irgendwie nach unten kommen ach gut kanit ja und es fehlen nur noch 1,2,3,4,5 Trophäen bei mir es kann sein dass vielleicht ein 6 bei dir fehlen oder so da musst du mal gucken musst du das mal abchecken 2,4,5 2,4,6 fehlen mir noch äh welcher fehlt dir denn da ist bestimmt der wolf ne ne bei mir fehlen auch doch bei mir fehlen auch 6 stimmt die witch idiot der zombie die spinne slime schwein und wolf vielleicht warte mal hat man nicht unten spinne schau mal und ich weiß auch nicht warum diese displays da hinten sind da sind keine kabel hinter habe ich mal geguckt ob wir das auch anschließen müssen oder so also nicht wahrscheinlich die ist ne spinne die ist ne spinne warte mal ok spinne habe ich jetzt auch schildern noch schildern noch schildern noch schildern noch ähm zombie und witch zombie und witch ähm da die trophy hatten wir schon mal warum ist die nicht an ihrem platz also nicht warum ist die nicht an ihrem platz vielleicht haben wir die dann noch nicht hingestellt das kann sein oder einer von uns ist damit verreckt kann auch sein mhm das wäre blöd ach hier ist die wolf trophy ich hatte die bei mir in die ender chest getan hm schlecht pick and wolf oh pick and das Spam das boom boom sagst du und die Falle umsonst oh ähm äh nicht du creeper ähm oh es kommen nachher daraus keine Lava gestilliert ist ok so gucken wie wird das entweder war das in buckets oder so sieht man keine ahnung hier ist verdammt viel virus oh da war wirks oh recht hingehen in den chest da brauchen wir mal schnell ne das kann man nicht damit machen ja dann brauche ich dass die selber kräfte weil mir das sonst langweilig ist ja copper und zinn eisen vielleicht noch zinn habe ich noch ähm copper kann er damit machen kann er damit machen das 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 natürlich daraus kannst du einmal machen ok stern elektrom ingot und shadow blade ingot wo waren die denn ok weiß ah da kriegt man ja schaden von wenn man drauf steht boah das vergiftet einen ja lol und und grad was ist auch noch die ganzen blöcke herstellen so die standard blöcke haben wir fertig das kommt fest das mache ich neta neta metals beta 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 zink platinium silver and bues ok warte mal wenigen wo bues tinker bronxer so haben wir hier noch was warum kommen wir denn hier ach mensch buch und zurück ist schon wieder alles voll boah das alchimie zeug na gut einmal rauchtreten bitte boom bam 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 oh wir haben noch eine item frame und ne komm ich jetzt einfach blöcke drauf da hat die zweite beutel von mir ja 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 zack ach hier kommt sie natürlich nicht weiter alles klar ich mach 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ich bin ruhig in der hölle wenn da keine monster sind ein chest boah wenn du das sehen würdest hier ne warum dieses biroxeris oh das einfach giftet wird und drauf treten ist hier ist alles voll ok hier ist echt alles voll hoffentlich stirbst du nicht n n nicht accurate n n Vielen Dank.